Ja, hallo, ich bin Benjamin Hujawa. Ich arbeite als Programmer beim Filmkunstfest in Schwerin. Ich bin hier zuständig für die Reihen gedreht in einem V, NDR Spezial und die DEFA-Reihe und das jetzt schon zum dritten Mal. Und ich freue mich besonders, wenn wir in gedreht in einem V immer jungen FilmemacherInnen aus Mecklenburg-Vorpommern hier so eine kleine Bühne bieten können. Dieses Jahr zum Beispiel wieder mit dem Programm von der Hochschule Wismar, das haben wir auch schon letztes Jahr gemacht. Ja, war eine schöne Veranstaltung und wenn eben junge Leute und dann auch wieder ein paar erfahrene Leute so zusammentreffen, darauf freue ich mich besonders.